Helmut Zacharias war ein deutscher Violinist und Komponist. Durch seine Fernsehauftritte in den 1960er und 1970er Jahren erlangte er große öffentliche Popularität. Leben Zacharias wurde wegen seiner charakteristischen Spielweise, Zaubergeiger, genannt. Bereits mit vier Jahren begann er, das Instrument zu spielen, und konnte Noten lesen, als er in die Schule kam. Er musizierte fortan gemeinsam mit seinem Vater, der ebenfalls Geiger und Komponist war. 1931 war er zum ersten Mal mit dem Solopart eines Mozart-Violinkonzerts im Radio zu hören. Nach dem Studium an der Akademischen Hochschule für Musik in Berlin erhielt er 1936 den Kreislerpreis und den Moligpreis. 1939 wurde er Mitglied des Berliner Kameraorchesters, doch seine große Liebe galt dem in der Zeit des Nationalsozialismus verpönten Swing-Jazz. Dabei war neben amerikanischem Swing das Quintette du Hot Club de France sein Vorbild. Damals pflegte er enge Kameradschaft mit den Musikern Heinz Gerlach, Horst Wende und Heinz Monsonius, in dessen Solistenensemble er mitwirkte. Am 29. November 1941 nahm er seine erste Schallplatte unter eigenem Namen bei der Odeon in Berlin-Kreuzberg auf, die nicht zuletzt dank der Novelty von Ernesto Romanoni als Begleiter auf Hafestadtklavier ein Erfolg wurde. 1942 war er als Wehrmachtsangehöriger beim auch in Deutschland legal hörbaren Radio Hilversum tätig. Nach dem Krieg trat er unter anderem im Pariser Olympia und in den USA auf. 1948 jest er beim NWDR. 1957 trat er als er selbst im Film Unterpalmen am Blauen Meer auf. In den 1960er und 1970er Jahren hatte er zahlreiche Auftritte im Fernsehen mit eigener Band. 1960 siedelte er sich in Ascona am Lago Maggiore in der Schweiz an, wo er seit 1997 die letzten Jahre wegen der Erkrankung an Alzheimer in einem Heim verbrachte. Helmut Zacharias wurde in Hamburg auf dem Friedhof Ohlsdorf beigesetzt. Zacharias komponierte etwa 450 Titel und arrangierte mehr als 1400. Weltweit verkaufte er über 14 Millionen Schallplatten und CDs. Er erhielt mehrere Preise und Auszeichnungen. 1950 gewann er den Jazzball des AFN Frankfurt als bester Jazzviolinist und gab ein Lehrbuch die Jazzvioline heraus. Auch in den späteren Jahren brachte er Swingelemente in die Unterhaltungsmusik ein. 1985 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland verliehen. 1995 erhielt er einen Bambi. Helmut Zacharias ist Vater der Journalistin Silvia Zacharias, des Hochspringers Thomas Zacharias und des Komponisten Stefan Zacharias. Den schöpferischen Nachlass schenkte seine Witwe Heller Zacharias 2006 dem Deutschen Komponistenarchiv in Dresden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.